Wer länger an den Finanzmärkten unterwegs ist, weiß, dass die Ausnahmen zur Regel werden können und unsere Reaktionen darauf den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Du kannst jahrelang an der Börse erfolgreich sein und dann durch einen Fehler Rendite von mehreren Jahren wieder verlieren. Der einfachste Fehler, den wir alle vermeiden wollen, ist in Euphorie am Hoch zu kaufen und in Panik am Tief zu verkaufen, bevor sich der Markt dann auf den Weg zu neuen Höchstständen macht. Vermeiden kann man dies durch detaillierte Handelspläne und Investmentregeln. Der Sparplan mit einer klaren Entnahmeregel, zum Beispiel beim investieren im Alter, ist das einfachste Regelpaar, das hilft, Fehler zu vermeiden. Im Optionshandel gibt es andere Regeln, die wir auf unserem Kanal und unseren Coachings immer wiederholen. Sie sind existenziell, um am Optionsmarkt zu bestehen. Und diesmal geht es um einen Spezialfall, der, wenn er eintritt, für echtes Kopfzerbrechen sorgen kann. Stell dir vor, du hast aus der Annahme heraus, dass die Kurse einer Aktie fallen, einen Put auf diese Aktie gekauft. Konkreter, du hörtest im März 2023 von Problemen regionaler US-Banken und hast auf einige Einzeltitel Putz gekauft in der Annahme, dass die Kurse einiger Banken noch weiter fallen. Und nun passiert genau das, was du erwartet hast. Das Unternehmen, zu dem die Aktien mit Putz geschortet hast, geht in die Insolvenz. Der Aktienkurs fällt und deine Putz laufen in den Gewinn. Während du dich noch über den maximal möglichen Gewinn in deiner Position freust, schaust du in dein Handelssystem und siehst, dass die Aktien vom Handel ausgesetzt wurden. Und dann sind auch noch die Optionen zu den Aktien vom Handel ausgesetzt. Wie kommst du nun an deinen schönen Gewinn? Lass uns die möglichen Gedankengänge mal durchspielen. Erstens, glattstellen kannst du die Option ja nicht, denn du kannst sie nicht mehr handeln. Kannst du die Position jedoch glattstellen, ist das der schnellste und sicherste Weg, um an deinen unrealisierten Gewinn zu kommen. Zweitens, du könntest darüber nachdenken, dein Recht aus der gekauften Put-Option wahrzunehmen. Dann dürftest du pro Put 100 Aktien des Basiswertes zum Strike verkaufen. Dann wärst du in einem vermutlich fast wertlosen Basiswert Short positioniert und hättest deine Gewinne aus der Option in den Basiswert verschoben, den du dann aber gegebenenfalls nicht mehr handeln kannst. Trotzdem musst du dann vermutlich Leihgebühren für die leer verkauften Aktien zahlen. Kein schönes Szenario also. Also bleibt die einfache Variante 3 und zwar abwarten, bis der Put am Verfallstag verfällt und über die Option Clearings Corporation im Falle von US-Aktien im Geld abgerechnet wird. Du siehst, dass das eigentliche Traum-Szenario des Käufers eines Puts doch seine Tücken haben kann. Unabhängig davon halten wir uns übrigens mit solchen extrem spekulativen Trades zurück, da der Ausgang ungewiss ist. Wir lehren in unserer Akademie Strategien, die replizierbar funktionieren und damit zum langfristigen Vermögensaufbau beitragen. Und Wissen hilft da, auch in unruhigen Zeiten zu bestehen. Viel Erfolg wünschen wir dir beim Optionshandel, dein Andreas.